So, und damit wieder ein herzlich willkommen zu Life is Strange. Ja, die Rechnungen und so haben wir uns hier schon alle angesehen. Ähm, ja, haben wir uns ja schon angesehen, eigentlich, wie wir das erste Mal reinkommen. Reingekommen sind. So, wir verlassen die Dunkelkammer, was uns ja schon vorhin vorgeschlagen wurde. Warren! Can you hear me? Ich muss ihn! Never mind! Listen, do you have that photo you took last night in the parking lot? But yeah! Why? It wasn't that great a shot! Yes, it is, and I want it. Where are you? I'm at the Two-Wayles Diner. Pretty much trapped in here with joyous things to this Armageddon weather. I'm expecting the ocean to turn red. I'm on my way. Come on, that's crazy! Wir haben ja ein schönes Auto. So, das klappt schon, wir schaffen das. Wir retten Chloe, wir retten die Stadt, wir retten einfach alles, so. Wir sind natürlich ja Supermacs. Go, go Chloe, go. Du schaffst es noch zeitlich zu warnen. Ich weiß es. Du schaffst es uns. Und ich bin derjenige in dieser fucking Radio Station. Somebody get me the hell out of here now! Now, goddammit! How do I pay all those prices? You have one new message. Message received yesterday at 9pm. Max, it's Nathan. I just wanted to say, I'm sorry. I didn't want to hurt Kate or Rachel or... I didn't want to hurt anybody. Everybody, help me! Mr. Jefferson, he's coming for me now. All this shit will be over soon. Watch out, Max. He wants to hurt you next. Sorry. Hätten wir diese Nachricht uns früher angehört? Wäre vielleicht vieles anders gelaufen? Oh mein Gott, das ist wirklich... Gerade vorher sah diese Stadt immer so idyllisch aus. Und jetzt ist einfach alles kaputt und... Boah. Es sieht halt echt grausam aus. Es sieht halt echt grausam aus. Ja, so ein Erlebnis wünscht man sich keinem... Menschen, keinem Feind, keinem Gegner, gar keinem. Dass er irgendwie sowas erlebt. Hier, da ist doch Chloe gelaufen. Im Männlichen. Oh, was? Oh, was? Oh, shit. Alyssa needs help again. Help me get down! I need to get up here! Help me get down, Max! So, wir helfen ihr. Are you okay? Let me help you down! Off that shit, Max! Whatever you show up, I have to get out of the way! So, just get... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Ah, D- Nee... Excuse me, help me get down! Alyssa? Are you... Ja, wie kann ich ihr denn helfen? Achso, ja, mit einem Brett. Genau, ich muss noch anderen helfen, die mir wenig vertrauen, auch ohne wenn ich sie halb erst bei ihnen bin. Ich kann nicht über alle die Kinder da draußen. Bitte, 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 Gott! Ich kann nicht sehen, diese Bordelung. So, da gehen wir mal rein. Wie kann ich hier rauskommen? So. Oh. Ja, toll. Ja, aber gut, wenn ich, ich komme nicht zu ihm, wie soll ich ihm denn bitte behilflich sein? Okay, ich habe eine Idee. Er wird nochmal gegrillt. Ah, aber ich muss jetzt zu ihm. Bitte, 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 bitte. So. Genau, wir brauchen ziemlich schnell das Foto hier, ne? Weil es wird immer grausamer hier, so wie es aussieht. Es ist wirklich gerade so ein Szenario, was man eigentlich nicht erleben will. schon gar nicht, aber es ist wirklich sehr grausam hier aus, also obwohl es ein Spiel ist, sieht es gar nicht gut aus, ey. Kann man, kann man nicht, ich habe jetzt vielleicht irgendwie gedacht, man könnte vielleicht irgendwas da einfach auf die Urspur, die ganz komischerweise zum Dinner zeigt, was drauflegen und gut ist, aber es muss wieder irgendwie anders geregelt werden. Ähm, ich weiß noch gerade nicht wie. Ähm, ich weiß noch nicht, wie. Da liegt einer der Wale. Da liegt einer der Wale. Da liegt einschränkt. Da liegt eine große Stil. Da liegt ein bisschen in der Wale. Da liegt eine große Stil. Da liegt einem Stil. Da liegt eine große Stil. Da liegt ein Bände und es manic betraut. Da liegt eine große Stil. Ja. Da liegt ein shit. Da liegt eine Stil. Und wir halten es zurück. Ich komme nicht weiter. Oh, da ist irgendwas. Ich habe ja so, genau sowas habe ich eigentlich gesucht, um das Feuer zu stoppen. Ich habe es noch nicht gewonnen, so sofort. Klar, klar, aber wir denken, komm, machen wir mal ein Foto. Die Welt geht gerade runter, aber komm, machen wir mal ein Foto. Würde ich auch in so einem Fall. Also, ehrlich, würde ich auch sofort hier so ein schönes Foto von dem Weltuntergang machen. Ja, das tun wir. Wir gehen hier zur Nebentür. Ich wollte nochmal hier nach der Obdachlosen... ...kuchen. Ich wollte sie nicht sagen. Ich wollte sie nicht sagen. Ich habe noch nie gesagt, ihr Namen. Es ist so seltsam. Evacuation. Once again, das ist nicht ein Test. Das ist nicht ein Test. At least nobody is going to starve in here. Trust me. I'm trying to figure out how. I swear. Go get him, Juliet. Blackwell, Mobbing in Blackwell von Juliet Watson. Als Schülerin der Blackwell Academy bin ich bei der Verfassung dieses Artikel zwiegespalten. Ich liebe meine Schule und die Bildung, die sie mir geboten hat. Aber zur gleichen Zeit muss ich meine kritischen Denken als angehende Journalistin einsetzen. Wenn ich also berichte, dass Blackwell ein Problem hat, geschieht dies ohne Schadenfreude oder böse Absicht. Tatsächlich spiegelt dieses Problem einen verstörenden nationalen Trend wider. Um es kurz zu machen, in der Schule werden Leute gemobbt und zwar von uns. wird auf der nächsten Seite fortgesetzt. Tja, lösen wir mal Zeitungen. Sturm, Weltuntergang. Wir lesen mal Zeitungen. Max! Oh, Max! Oh, Jesus, I am so glad to see you, sweetie. Are you okay? Yes. What about you guys? The two whales is barely standing now. I don't know if it's gonna make it through this tornado. Oh, poor Officer Barry and all those people out there. Okay, get your ass inside. I have to get back to this gentleman on the ground. Lauren has been gathering all the first aid. It's not much, Joyce. But it's all we have. You okay, Lauren? How the hell did I ignore all those warnings, Max? The snow? The eclipse? There's nothing you could do about it, Lauren. I'm so stupid. I should have seen it coming. So glad everybody is safe here. But I need that photo from Lauren to help Chloe. Sorry, sorry. Okay. Very mommy Frank. Excuse me while I go help this other gentleman. Frank, I'm so glad you're here. Yeah, it makes two of us. Now, if only I had Rachel back. Now, Max, what about that info I gave you? Did you and Chloe find out what happened to her? Oh, Frank. I don't know how to say this, so... I just will. Rachel is dead. God, no, please. Please, no. No, not Rachel. She can't fucking be. Are you sure? I mean, how do you know? We used the names you gave us to track down a farmhouse. My professor, Mark Jefferson, has this creepy photo torture room. And we found out he was using Nathan Prescott to drug and photograph Blackwell students. Prescott? Fuck! Fuck, I knew it! I should never have hooked up with that sick punk. Papadu hated him. You saw... You saw Rachel. Yes. I wish I didn't. I'm so, so sorry, Frank. Nathan wanted to impress Jefferson, and he... He killed her. How? Hmm. How did he kill her? Überdorsitz. He used some drug and gave her an overdose. An overdose? The only way Nathan could have done that is... Is if I sold it to him. I killed my lioness. No. What have I done? Where is this motherfucker Jefferson? He's going to jail. He won't be hurting anybody anymore. Rachel. Oh, God. She was the one good thing in my life, Max. I know she was too young. I expect her to leave me. Just... It's not how it happened. I would never have stopped her from going after her dreams. I know. She obviously cared about you, Frank. Well, Rachel cared about a lot of people. Especially Chloe. But, uh... You know, I see why Rachel dug her. And Chloe was man enough to ask me for help after all that shit we went through. Chloe would appreciate that. Chloe would appreciate that. You know, the one time I met my dad, the bastard quoted the Bible and said he wanted to enter his house justified. In other words, to do the right thing. And me too. And maybe you're helping me get there, Max. Don't get me wrong, kid. I still think you're weird. But you're cool. Yeah, so. So. Warren, I came for all of you. Just tell me you do have the photograph. I just want... Now shut up and listen. Oh, yeah. You're finally going to tell me what you never did in the parking lot. I wish I would have. So I'm just going to tell you without any explanation. Trust me, okay? I always do. You should probably tell me quick. I had a vision in Jefferson's glass of a tornado destroying Arcadia Bay. I went to the bathroom and saw my best friend Chloe get shot by Nathan Prescott. You with me so far? Where else could I be? Go on. Then I found out that I could rewind time. And long story short, Mark Jefferson is insane and dangerous. Whoa. Is that all? I have to go back in time. Jefferson already killed Chloe. I can't let that happen. I have to do something, Warren. Max. Going back in time is what caused the storm. All because... Because of me? How? I'm not a real scientist. Even though I play one at school. But this seems like pure cause and effect. Maybe chaos theory. What happened with Jefferson? Did... Did he hurt you? He used Nathan to get drugs and money for him. Jefferson tied me up and... Dosed me with something... Sie macht nicht wirklich ihren Mund auf und zu, ne? Er schon. Ich hab jetzt mal aufgepasst, ob er es auch macht. Bei ihr ist mir es schon vorher aufgefallen, aber ja. Entschuldigung, da bin ich, ähm. Ja, er ging ins Mikrofon gekommen. Warren, I know this all sounds insane. But you're the only other person, whom I can count on now. I wish we had more time together. Do you believe me? Max. Of course I believe you. You're the most amazing person I've ever met. And... I'm glad you trust me. Always. I just... Wish I could trust my powers. I guess we'll never know if it's magic or science. Even if it's from a wizard or a wormhole. You're part of something bigger. I don't believe in fate or destiny, but... After this week... I realize I don't know shit. That makes both of us, Warren. I do know you're here for a reason. And... I guess it's up to you to find out why. Max. I'm sorry you got stuck in this. In this... I don't have fucking clue what's going on. But I have total faith that you'll do the right thing when the time comes. I'm so proud of you, Max. How could there be more important moment in history? And I'm in the middle of it with you? So thank you for trusting me. Thanks for being here. Always. So. Wir haben das Foto. Oh. Umarmen, küssen. Komm, wir küssen ihn. Für Glück. Just in case we don't get out of this. I wanted to say... I know, Warren. Of course you do. I'm gonna make the right choices from now on. I swear. That's why you're super, Max. So. Ich würde mich aber interessieren, wie es jetzt bei den... ...andere Sachen aussieht, wenn man ihn nur umarmt. Please be okay. So. Umarmen. Ich könnte ihn so gut benutzen, bevor ich das mache. Ich auch. Ich weiß nicht, was wir sollen tun. Ich glaube, wir küssen ihn. Er hat das verdient, so oft wie er sich für Chloe und Max und so eingehört. Und das einfach gehen, glaube ich, ist jetzt nicht so die richtige Wahl. Wenn, dann die Umarmung oder der Kuss. Aber wir schauen uns auch, dass, wenn wir einfach gehen, wählen, an, was dann passiert. Er unterstützt uns trotzdem noch. Ist zwar nicht so begeistert, aber er unterstützt uns trotzdem noch. Also, sehr netter Junge. Aber, ja, ich bleibe bei der Entscheidung, dass wir ihm einen Kuss geben. So. Please be okay, Chloe. Äh. Max, ich hasse dein Handy klingeln, bis du mir sagst, ich soll aufhören. Es geht nicht um mich. Übles Öko-Chaos geht ab. Äh, Max, ja, bla bla. Äh, die Luft ist elektrisch geladen. Die Wolken brudeln. Sag mir, dass es dir gut geht, okay? Siehst du den Sturm? Das ist ein ausgewachsener Tontado. Unglaublich. Sorry, musst, äh, rennen. Autos fliegen. Hab grad ins Two-Ways geschafft. Joyce und paar andere drehen hier mit mir durch. Der Sturm ist gewalttätig. Bitte geh in Deckung. Sag mir, dass du in Sicherheit bist. Taylor. Max Taylor, hast du Victoria gesehen? Sie hat sich nahe mit dem Sieg aufgelöst. Ich hab dich mit dir reden sehen. Also dachte ich, du weißt vielleicht was, ähm, du weißt vielleicht was. Ich habe etwas Panik. Sag mir, wenn du siehst. Danke. Joyce. Äh, Max, hast du Chloe gesehen? Sie ist nicht hier und geht nicht ans Handy. Wenn du bei ihr bist, sag mir es bitte. Ähm, dann kann ich dich in Ruhe lassen. Sag mir wenigstens, ob du die Nachricht bekommst. Bitte, Max. Max, danke, dass du mich zur Party gescheucht hast. Ich habe sie mit Burg verbracht. Sie ist so cool. Wir gehen am Wochenende in eine Galerie. Erinnere mich an deinen Rat. Erinnere mich daran, deinen Rat immer anzunehmen. So. Das Foto wurde scharf gestillt. Und wir sind wieder back in time. Okay, Max. Chloe. Jesus, dude, what is up with you? I'm just glad we're here together. I guess you need to talk. No worries. It's all good. I'm glad you're with me too. What's going on, Max? We have to find Nathan right now. He's gonna start over and get to Rachel. Let's go. Now. Chloe, wait, listen. I can walk and listen, okay? Stop and listen for once. Fine, Max. I'm listening. Chloe, you can't go in that party. You're gonna... You're gonna die if you do. You used your powers, right? And you fucked around with time and I died. Not like that. You're supposed to back me up. So there's no way that punk-ass bitch Nathan Prescott is taking me down. You're right. He won't. Mark Jefferson killed you. And others. Jefferson? The art teacher? That's bullshit. Nathan is the fucking serial killer. We saw the proof. Now excuse me. I'm going to that party to make sure he never hurts anybody again. Are you coming? Nathan is dead. And you're in danger. That fucker is already dead? How do you know that? Because I was there. Will you please tell me exactly what happened? Please. Jefferson hat ihm übergegangen. Jefferson kidnapped Rachel and some other girls. He was also manipulating Nathan and... He killed him. Then it's Jefferson's turn to die now. I understand why you don't want to do this. And I won't blame you for not coming with me. Chloe! Man! She just won't listen. I better rewind and do over. So, und das seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Und bis denne, Leute. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020